Was sagt man? Aroi makmak. Okay, werden wir sehen. Bestimmt. Guten Abend. Was machen wir heute? Heute brauchen wir meine Lieblingssuppe, dunkle Eiersuppe. Das nennt man auf Thailandisch Tompa Lo. Sag mal. Tompa Lo. Tompa Lo. Genau. Und jetzt zeigen wir erstmal, was sind die Soutaten. Okay? So zeigen wir das jetzt, was sind die Soutaten, ja? Was haben wir hier alles? Eier. Schweinebauch. Gewürze. Also das sind Knoblauch. Korianderwurzel. Und schwarzer Pfeffer. Ben Gatiam. Raghpakji. Prig thai dam. So in Japan. Obchoi. Anikoriakalaya. Was ist das auf Deutsch? Das ist Simtsstange. Und das ist Sternanis, ne? Sternanis, denke ich mal. Und das ist... Falemzucker. Nehmt da ein Piep nachher. Öl. Nehmt man Püt. Salz. Glür. Ähm... Dunkel... Dunkelsäuersoße. Siu Dam. Und das ist helle Sojasauce. Siu Kau. A Negoköpen. Nehmt man heute nachher Außensoße. Ok. Jetzt fangen wir mal an. Und während wir die Eier kochen, machen wir dann Weite, ne? Wir machen Herd an. Und du so bisschen Öl. Nicht so viel. Genug. Weil wir haben ja noch viel Fett davon. Von dem Bauschbeck. Und? Freust du dich auf deine Suppe? Ja. Mhm. Wundern hier, weil wir dann die Eier, dass ihr unten Film macht. Er hat nichts Team, weil wir alles haben. Weil wir es nicht macht. Denn wir wollen, dass wir uns das nicht Nein tun. Es ist aber gerne, weil wir uns machen. Ihr uns macht. Wund blüht. Warum er das hier? Koriander, was ist das? Koriander, Knoblauch und schwarze Pfeffer. Die Eier sind unterwegs. Was sind deine Lieblings-Thai-Essen? Dom Yam Dom Yam Was noch? Dom Yam Was noch? Flamuz Flamuz Und Dom Tha Loo Oh, genau Da ist jemand sonst sehr aufgeregt Flamuz 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 Das machst du sehr gut, dass es karamellisiert. Das ist nicht so einfach, das Wort. Sag mal. Karamellisiert. Karamellisiert. Willst du noch Glugler oder? Ja, kein Siedemdamm. Nein, kein Siedemdamm. Der sieht aber sehr lecker aus, Papa. So, jetzt wo der Zucker geschmolzen ist, machen wir die Decke der Soße. So, wenn das Z KIRBY war, dann kommt der Zucker auf einen Klauch. Sie hat jedes Mal, Dr. Jahrhunderte und immer wieder an. Und die Eier mit dem Maroi. Aber ich habe noch einiges Geschenk. Und die Eier mit dem Maroi. Du hast noch nicht angezogen. Und für den guten Geschmack tun wir das Wein. Jetzt müssen wir nichts mehr machen, wir müssen einfach nur schmoren lassen, nennt man das so? Schmoren heißt, in niedriger Temperatur kochen lassen und lange ziehen lassen, und was meinst du, das lecker ist? Ja, es ist so gut. Und was meinst du, das lecker ist? Ja? Ja, es ist so gut. Also, ich bin mal gespannt. Aber ich denke, heute ist zu spät. Denn wir werden sehen, ob das lecker ist morgen Abend, denk ich mal, ne? Ja, es ist so gut. Ja, es ist so gut. Und dann? Ja, es ist so gut. 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 Oh Gott! Es ist gut. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Okay. Ein bisschen. Denken wir es. Wir sehen uns. 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 Das ist so viel auf sich. Das ist schön. Das ist so schön. Ich werde die Permanente für dich nicht mehr. Das macht mir die Permanente für dich. Wenn ihr euch gefreut habt, dann lasse ich euch an, wenn ihr euch gefreut habt. Wenn ihr euch gefreut habt, dann lasse ich euch an. Schau mal. Bye-bye.